Was geht ab Freunde, euer Stefan hier und herzlich willkommen zu einem Pack Opening. Euch erwarten heute die Food United Packs mit 12 Spielern, alle Gold, alle selten, für 50.000 Münzen, zwei können wir davon öffnen. Wir haben also eine riesige Chance auf Spieler aus diesem Team der Woche, wie Thomas Müller, Toni Kroos, Tevez, um nur einige zu nennen. Und ich würde sagen, dann fucken wir gar nicht lange und dann geht's auch direkt los. Ja Freunde, wir wärmen uns erstmal ganz ruhig, ganz ruhig auf mit dem Season Ticket Pack, Season Ticket Pack und bekommen Dres Mertens. Fängt nicht schlecht an Freunde, aber das geht besser, das geht besser. Ja Freunde, ich dachte mir, wir öffnen einfach noch zwei von den Gold Packs, dann sind wir warm, dann geht's an die heißen Buletten und wir ziehen in diesem Pack Casano und Naldo. Das geht auch besser, das geht auch besser Freunde, da bin ich gespannt gleich auf die 50.000er Packs. So Freunde, dann kommen wir auch zum dritten, scheiße, dann kommen wir auch zum dritten, so ey, zum dritten, ey, ich stelle das für eine Kacke wieder hier. Manolas haben wir drin, aber gleich die 50.000er Packs, davon erhoffe ich mir einiges hier wie der Frigidi mit seiner Spaghetti Augenbraue hier. So Freunde, ich bin schon richtig aufgeregt und falls ihr auch noch Packs öffnen wollt, keine Münzen habt, dann schaut gerne bei unserem Sponsor vorbei. Dort findet ihr einfach alles, Münzen, PSN, Karton, Microsoft Points, alles was euer Herz begehrt. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte, jetzt geht's an das, wofür ihr alle eingeschaltet habt. Was bekommen wir im ersten 50.000? Was ist das denn für eine Scheiße? Was habe ich denn jetzt gemacht, Mann? Wie viele Münzen habe ich dafür gerade ausgegeben? Scheiße, was ist das denn für eine Kacke hier? Kann mir das einer mal erklären hier oder was? Der müsste aber was wert sein, oder? Bin ich gerade im falschen Film? Was habe ich da für ein Scheiß-Pack geöffnet? Immerhin haben wir den Rüdiger, den alten Rüdiger drin. Der könnte noch was wert sein. Was ist das hier? Was habe ich da gemacht? Scheiße, Alter, ich habe gerade so ein 15.000er-Pack gezogen. Hä, habe ich nicht darauf geklickt? Bin ich irgendwie besoffen? Bin ich Rille oder was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Egal, Freunde, jetzt kommen wir dafür. Daran, wofür ihr alle eingeschaltet habt. Im ersten 50.000er-Pack kriegen wir Klaas-Jan Hünteler. Leckt mich doch am Arsch. Wen haben wir noch drin? Ballero, Miranda, den nehmen wir natürlich mit. Ansonsten Sydney, Sam, Junge, Junge, was für ein Arsch-Pack. Das war ja mal gar nichts. Junge, 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 hier ist was los, Freunde. Und jetzt kommen wir auch direkt zum letzten Pack. Ich werde die Augen schließen. Ich höre gerade nicht, der Ball dreht sich. Und wir haben... Karim Benzema! Goal! Karim Benzema! Wenigstens ein guter Spieler. Junge, 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 der müsste für was weggehen. Und den kann ich sowieso gebrauchen. Den wollte ich mir nicht holen. Ich glaube, der müsste so 70.000 Münzen wert sein. Oder 60.000 Münzen. Guck mal, da haben wir wenigstens das zweite Pack wieder rausbekommen. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Schafft mir die 4.000 Likes für dieses Pack-Opening. Das war ja richtig bescheuert. Ziehe ich einfach so ein scheiß Silberset mit keinem seltenen Ziel. Aber ruhiger! Ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und... Ciao! Platz Nummer 3 belegt diese Woche hier Schöpf dem Hassani hier mit Bescht. Zieht er mal drauf! Skorpion Kick! Goal Assault! Hämmert er erstmal das Ding an den Kopf und dann macht er hier einen wunderschönen Skorpion Kick. Schöpfung Kick!